Wie sehe ich aus? Wie einer von den bösen Jungs. Ideal für Ihren Geheimauftrag. Also ist Makarov der Preis. Makarov ist kein Preis, er ist käuflich. Er arbeitet stets für den, der am besten zahlt. Vergessen Sie nur Ihre neue Identität nicht, dann bleiben Sie am Leben. Willkommen bei 1.41, eine Einheit der besten Krieger auf diesem Planeten. Es ist eine Ehre, Sir. Wann treffe ich den Rest des Teams? Wir sind auf einer Mission, sichern ein abgeschossenes ACS-Modul in feindlichem Gebiet. Nasse Füße? Dazu ist es dort viel zu kalt. Okay, so bin ich. Hallo. Hey du. Sag was. Auf zu rauchen. Auch noch schädlich. Ja genau du. Also ich habe das Level 0, ey so, ich habe das Level schon mal gemacht, weil ich, ähm, weil der, 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 mein Sound zu leise war. Also da hat man mich kaum gehört oder beziehungsweise gar nicht gehört, deswegen mach ich den Scheiß jetzt nochmal und hab drei Achievements bekommen. Okay, äh, oje, oje. Da melde ich jetzt einfach so, als würde ich es jetzt noch nie gezockt haben. Okay. Aha. Ich will sowas nicht machen. Ich habe Angst. Was? Schon wegen stabil. Was passiert, wenn ich runterfalle? Dann war's das. Also gut. Ussa und Bam und Yssa und links und rechts und links und so jetzt. Ganz schön anstrengend jetzt. Oh, 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 oh. Nicht unruhigen lassen, einfach weitermachen, sonst fall ich runter. Ist mir schon mal passiert. und okay ich bin oben was ich muss erst mal aus schnaufen ich habe noch keine brüste mehr moment muss erst und links und rechts und ganz schön anstrengend ich habe doch jetzt schon keine puste mehr so was jetzt können wir keine schnauze machen ich brauche eine pause ernsthaft jetzt ist das anstrengend hallo blauer punkt und so vorsichtig ok was ist denn da los abgestürzt so schnell ich musste erst kommentieren nicht immer als sachen kommentieren ich schwöre ich schwöre alter ja egal warum folgen ich bin viel zu schnell für den kaltes wetter heute was so eine basis hat es wieder ein paar feinde werden mir angezeigt und da sind sie ok genau identisch geschossen das sieht momentan nicht so aus ne also mir kommt da nicht stärker vor das ist wahrscheinlich nur deine einbildung naja jetzt sieht man nicht mehr so viel jahre das ist das für ein schild keine hände ja ich weiß schon ist unter hochspannung ist klar ist klar ich tue jetzt nur so ich halte mit dem thermalsiegel ferner von diesem kam aus wache ja okay macht das ich kann mich auch duzen wenn du magst das sieht es mir ein bisschen fremd ein bisschen schleichen ach scheiß auf schleichen durch rein warte hier muss ich schleichen und hier ist einer ich glaube ich schalte den maus so und jetzt rein ins gebäude erst mal wärmen verdammt was wo da das war scharf einschlüsselmehrer ich werde da ich bin der schlechteste geheimagent ever ich bin der schlechteste geheimagent ever wo seid ihr gegner ich suche einen mann namens gegner ah da bist du hier oh hi und hallo egal was schlampe er hat zu mir schlafe gesagt so ein spiel die beleidigen dem spieler ja ich merke ich muss da machen weil ich ein bisschen erkältet bin und hier hätte ich ein achievement bekommen aber habe ich leider schon hier geht es raus okay muss ich gar nicht naja erst mal so jetzt geht ein bisschen taktischer vor aufs gebäude oder aufs dach oder was weiß ich aufs zelt kann ich da rein nö sieht nicht so aus hallo ist da jemand hier ist ein truck aber er ist leer okay vorsichtig ich bin schon einige mal verreckt beim ersten mal schneller 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 sieht es da ein feind in der Nähe sieht nicht so aus okay schnell schnell rennen rennen das ist die tankanlage ja haben wir und der sprengsatz ist gelegt ich höre weitere funksprüche über den satelliten bereit halten aha der satellit scheint im hangar ganz schnell zu verhalten oh nein feinde 12 uhr wer zuerst da ist brech auf ende starke wärmesignaturen am tower könnten bmps sein bereich meiden ja was kommen übertreibt doch nicht so sehr wird es auch nicht schlimm sein boom you are dead meine kommentare werden beim ersten mal viel lustiger muss ich zugeben und den habe ich dann abgeknallt los geht's na los CSI äh quatsch FBI wir sterben in ihrer Bude schon seit 30 Jahren und wir töten sie seit 30 Jahren hallo ist da jemand hallo was ist das keine zeit zum zum schrauben ziehen schrauben lockern wasser oder so was nein schöne aussicht ich bin aufgeflogen still verhalten und feuer einstellen war kurz ach du scheiße jetzt aber schnell abknallen solange sie verwirrt sind warte ich muss erst runter warte auf mich mein kollege wow wow so so ja gut aus wow sag doch doch was explodiert pass halt auf wo du hinfährst mein freund wohl kein führerschein kein führerschein versteht ihr was du bist du bist du ich habe keine ahnung abel schnell 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 wie wir so einer ohne führerschein sonst erlebe ich eine böse überraschung und hier sind wieder ein paar kollegas ohne führerscheine führerschein gemacht beim ist es pass oder was sagt mir ja okay worauf siehst du ist doch niemand oder doch das wollte ich gerade nehmen youtube mein schneemobil erfahren like battlefield 3 das ist doch mal geil gemacht so es sind 2,2 2,2 kilometer ja los 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 das sagt es so leicht beim ersten mal ist auch so viel gelackt bei der stelle wie so aber jetzt funktioniert einwandfrei irgendwie dass der zaun sowas aushält wundert mich zwar ein bisschen aber okay das ist ja nur ein spiel war du willst mich nur aufs glatteis führen was auch verdammt hast du schon war ein heli scheiße ah god diamond rache lohnt sich edward gibbon lol oh ich habe den baum dahingestellt ich hasse dich scheiß darwin oder gott oder was auch immer welcher idiot der diesen baum hier hingesetzt hat wo ho 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 so tschüss ihr sterbt mich machen wir ein bisschen gta style wow so ihr kriegt aufs maul und du auch so tschüss wo fahr ich jetzt hin ja keine ahnung ich fahr jetzt einfach weiter ja passt uja ja wir sind fast da genau wow bäume wow pass halt auf wenn du so langsam fährst dann ist der kerl dass ich überfahre wow 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 Schade, ich hätte noch weiterfahren sollen. Ich werde noch gerne weiterfahren, naja. Okay, das war's. Bis zum nächsten Part.